Hallo Mutti! Herzlich Willkommen! Bisschen schwer, Arthur! Bombe! Ich habe einen Brief, das ich selber geschrieben habe. Oh, ist das? Ich habe einen Brief, das ich selber geschrieben habe. Wir können alle in den nächsten mal wieder einigen. Wollen Sie schreiben? Ja, auch noch ein Thema. Damit gibt es hier ein paar Bühnen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.